Willkommen zum Finanz- und Wirtschaft Börsencocktail. Was haben wir heute für euch? Wir haben zwei Börsentipps. Einen ganz am Anfang, einen am Schluss. Wir gehen auf die wichtigste Frage im Aktienmarkt im Moment ein. Dann schauen wir die glorreichen 7 an. Sie wissen, wer das ist. Und dann, ganz wichtig, sagen wir euch noch, wann die Zinsen endlich fallen. Wie versprochen, gleich zuerst mal ein Aktientipp. Silvia, darf ich fragen, was du für eine Kreditkarte hast? Das ist vielleicht ein bisschen indiskret, aber als gute Konsumentin habe ich natürlich immer meine Visa-Karte griffbereit. Deine Visa-Karte. So, so. Mein Tipp geht in die Richtung, mal schauen, ob es dann auch Visa ist. Wir haben alle drei Kreditkartenunternehmen, die kodiert sind, also die drei großen. Das wäre Visa, das wäre Mastercard und das wäre American Express. Die sind alle an der Börse. Und ich schließe jetzt einfach mal American Express aus. Das sind einerseits mal die kleinsten der drei. Die Aktien sind auch schon ziemlich teuer. Und ich glaube, was die Wachstumskurve anbelangt, ist das nicht gerechtfertigt. Dann bleibt noch Mastercard und Visa. Die sind beide recht günstig. Also da hat man noch durchaus Potenzial. Und da schaut man dann auf die sogenannten Fundamentals. Visa ist noch ein bisschen günstiger als Mastercard, rein von der Bewertung her. Visa hat auch eine sehr, sehr interessante Betriebsmarge und eine sehr schöne Dividende. Also Visa finde ich sehr interessant. Das ist ein Unternehmen, das wächst. Die geben die Kreditkarten aus, beziehungsweise sie erlauben Banken, Kreditkarten auszugeben. Also sie sind sozusagen der Backbone der ganzen Branche. Und du bist nicht die Einzige, die eine Visa-Karte hat, sondern ich glaube, die Statistik ist, dass jede zweite Kreditkarte, die ausgegeben wird, ist eine Visa-Karte. Oder jede zweite Person, die eine Kreditkarte hat, hat eine Visa-Karte. Kleiner Unterschied. Und der Markt wächst immer noch. Trotz Digitalisierung, trotz den Apples und den Googles dieser Welt, die da so ein bisschen versuchen mit Apple Pay etc. in diese Balance einzubrechen, ist Visa immer noch ganz, ganz toll. Ich habe die auch schon zum Jahresende empfohlen als meine Favoriten fürs neue Jahr. Die sind so ein bisschen schon gekommen. Aber ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr drin. Also mit deiner Karte liegst du Gold richtig. Und das hatten wir vorher auch gar nicht abgesprochen. Visa ist mein Aktientipp. Jetzt sind die Aktienmärkte so ein bisschen ins Stocken geraten. Und da frage ich dich mal, Silvia, in den letzten zwei, drei Wochen, was ist dir da besonders aufgefallen? Worauf achtest du im Moment? Ja, da möchte ich doch drei Beobachtungen oder Ereignisse erwähnen in der vergangenen Woche, die mir speziell aufgefallen sind. Zum einen natürlich der Herr Paul, US-Notenbank-Chef, der die Märkte wieder etwas zurückgebunden hat. Die Zinssenkungsfantasien waren ja schon sehr weit fortgeschritten. Und er hat jetzt einer ersten Zinssenkung im März wirklich eine Absage erteilt. Und das hat schon zu Enttäuschung erst mal geführt. War das sehr überraschend? Ich finde, nein. Man muss sich die Zahlen auch anschauen, die das FED so anstrebt. Die Inflationszahl ist immer noch bei 2,9 Prozent. Das ist die Kernrate desjenigen Masses, das das FED ganz besonders beachtet. 2,9 Prozent ist immer noch deutlich über der 2-Prozent-Grenze. Und ja, Sie hatten es auch in den Vorwochen schon angedeutet, dass da vielleicht, dass Sie sich unwohl fühlen mit den Zinssenkungen, die auch an den Futures-Märkten bis dahin dann schon eingepreist waren. Und für den März waren die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung, wie Sie an den Futures-Märkten gehandelt wurden, bei den FED-Fund-Futures schon über 60 Prozent. Das war natürlich enorm. Für März? Für März. Jetzt aktuell sind wir da so um 20 Prozent. Immer noch. Dann hatten wir zwei Tage später die zweite Beobachtung. Und das heißt ja immer, das FED kennt die Arbeitsmarktzahlen noch nicht, wenn sie ihre Entscheidungen treffen. Aber tatsächlich ein bärenstarker Arbeitsmarkt. Wieder im Januar. Und nicht nur im Januar. Auch der Beschäftigungsaufbau vom Dezember und November wurde nach oben revidiert. Die Arbeitslosenquote befindet sich immer noch auf einem historischen Tief. Und, was natürlich ganz wichtig ist für Paul und seine Kollegen, die Dynamik bei den Lohnkosten, beziehungsweise die Löhne haben nochmal deutlich angezogen. Im Januar mit 0,6 Prozent zum Vormonat wäre das auf sehr hoch gerechnet eine Rate von über 7 Prozent. Das ist nicht der Stoff, auf dem die Träume sind für die Notenbanker. Und auch nicht für die Aktienmärkte unbedingt, oder? Auch nicht für die Aktienmärkte, ja. Aber dann hatten wir ja auch positive News in der vergangenen Woche. Das ist so die dritte Beobachtung, die ich anbringen möchte. Du hast sie schon angesprochen in der Einführung, die glorreichen 7 in aller Munde seit geraumer Zeit. Wir haben die Geschäftsergebnisse gesehen. Und tatsächlich, also die bereits hohen Erwartungen wurden auch von den meisten eingehalten, wenn nicht noch übertroffen. Und am Freitag hat Meta einen absoluten Rekord geschafft. Der Kurs der Aktie sprang um 20 Prozent und die Marktkapitalisierung des Unternehmens hat um 197 Milliarden Dollar zugelegt an einem einzigen Tag. Das war natürlich ein Rekord, den man vorher so noch nicht gesehen hatte. Finde ich schon wahnsinnig erstaunlich. Aber wie das künftig bei den glorreichen 7 sich entwickeln wird, vielleicht hast du da mehr Einblick. Was ist deine Meinung dazu? Also ich meine, auf den ersten Blick ist es ja crazy, wie man so schön sagt. Da kann ein Unternehmen, wie viel hast du gesagt? 197 Milliarden Dollar an einem Tag. Ich meine, das ist unvorstellbar. Und jedes Mal denkt man sich so ein bisschen, das kann ja nicht so weitergehen, oder? Und dann geht es dann meistens doch so weiter. Und glorreichen 7, für die, die das nicht wissen, jetzt gibt es ja nicht mehr diese schönen Abkürzungen. Fang hieß das, da konnte man sich das immer schön merken. Deswegen lese ich es jetzt auch mal noch mal kurz ab. Wer sind die glorreichen 7? Das ist Apple, das ist Nvidia, das ist Microsoft, das ist Alphabet, das ist Tesla, Amazon und Meta. Und das sind alles Unternehmen, und das darf man nicht vergessen, die haben diesen berühmten Sustainable Competitive Advantage. Ich würde mal sagen, mit Abstrichen. Bei Tesla bin ich mir da zum Beispiel nicht so ganz sicher. Aber bei den anderen, die sind in gewissen Bereichen so weit voraus, dass sie schwierig einzuholen sind. Also die berühmte Eintrittsbarriere in die Märkte, wenn man wirklich auf dem Niveau mitspielen will, die ist enorm hoch. Und deswegen sind die Leute auch so begeistert von diesen Unternehmen. Bei Meta war ich immer nicht ganz so begeistert, aber ich finde jetzt mit der Dividende und dieser Ausrichtung, dieser Breiten immer wieder tollen Zughäufen, da macht es für mich auch immer schwieriger, auch an Meta wirklich vorbeizukommen. Bis jetzt war ich da nicht groß auf den Zug aufgesprungen. Nach 197 Milliarden noch mehr Market Cap wird es noch schwieriger. Aber ich glaube, insgesamt sollte man sich da nicht von diesem Zug trennen, sondern da aufspringen. Ich sage jetzt mal, du willst bestimmt wissen, was so ein bisschen die Favoriten sind. Wir haben mehrere Tech-Experten bei uns bei der Finanz und Wirtschaft. Thorsten Riedl ist einer davon und der hat vor ganz kurzem seine zwei Favoriten genannt und das wären Microsoft und Nvidia. Nvidia, der Chip-Produzent, da können Sie sich vielleicht noch erinnern, der war vor, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren war der noch überhaupt nicht auf dem Radar. Ich hatte mal einen Kommentar geschrieben gehabt, wo ich damals Netflix, die damals in den damaligen, sage ich jetzt mal, glorreichen Sieben waren, ausgewechselt hatte für Nvidia. Da hatten sich noch die einen oder anderen so ein bisschen gefragt, meint er das denn ernst? Netflix hat doch auch diesen Sustainable Competitive Advantage und den hatten sie eben nicht. Das ist relativ einfach, Content zu produzieren. Da gab es auch schon andere Filmstudios und das war sozusagen nicht der Untergang von Netflix, aber der Abschied aus dieser Top-Liga. Also Microsoft und Nvidia, die Favoriten unseres Tech-Experten. Ich persönlich komme einfach an Amazon und an Alphabet auch nicht vorbei. Die gehören einfach in jedes breit diversifizierte Portfolio. Ich würde sie nicht zu stark übergewichten, aber drin haben diese vier von den glorreichen Sieben, muss man einfach. Damit die Wette mit den glorreichen Sieben dann auch aufgeht, dann müssen die Zinsen sinken, denn sinkende Zinsen sind gut für Tech-Aktien. Und wann wird denn das endlich sein? Ja, das ist natürlich die Frage in diesem Anlagejahr. Ich denke, wie gesagt, das FED hat hier die Fantasien etwas gedämpft vergangene Woche. Der März wird ein Monat sein, in dem das FED noch nichts macht, aber vielleicht noch mehr Kommunikation dazu gibt. Und die Märkte, es kann natürlich durchaus sein, dass die Märkte dann sehr, sehr positiv werden für eine Zinssenkung im Mai. Und dann ist die Unterstützung ja auch schon kommunikativ durch die Notenbank da eingepreist. Ist am Mai schon mit über 60 Prozent an den Futures-Märkten. Eine Zinssenkung im Juni ist sogar mit nahezu 100 Prozent eingepreist seitens des FED. Und ich würde sagen, das ist auch realistisch. Denn bis dahin haben Sie noch mal mehr Einblick, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Ich denke, dieser Januar, dieser überstarke Januar war auch vielleicht ein One-off. Dafür gibt es gute Gründe. Und Sie fühlen sich definitiv wohler mit einer Zinssenkung, wenn der Arbeitsmarkt sich auch ein bisschen abschwächt. Und die Flexibilität wollen Sie sich sicher bis dahin auch beibehalten. Das macht auch Sinn. Trotzdem, ich würde im ersten Halbjahr noch mit einiges an Volatilität rechnen. Dadurch, dass hier die Kommunikation... An den Aktienmärkten. An den Aktienmärkten. Aber auch an den Bondmärkten. Auch da ist die Volatilität natürlich sehr hoch. Und ziehen denn die europäischen Banken inklusive der Schweizer Nationalbank dann gleich nach? Oder wäre es sogar möglich, dass die noch vorher kommen? Bei der EZB zum Beispiel? Ja, also Frau Lagarde und ihre Kollegen, die sitzen in Frankfurt und kommunizieren, dass sie abwarten wollen, wie sich auch so die Lohn, der Lohnkampf innerhalb der Mitgliedsländer so entwickelt. Aber da haben Sie eigentlich erst genaue Anzeichen dafür im September. Solange können Sie auf keinen Fall zuwarten. Denn man muss schon sagen, das wirtschaftliche Bild sieht in der Eurozone deutlich schlechter aus als in den USA. Also da täte eigentlich eine Zinssenkung früher auch Not. Aber ich würde auch sagen, die EZB kommt dann im Juni. Okay. Weil die sind natürlich auch noch ein gutes Stück weit entfernt von ihrem Inflationsziel. Und man weiß es von den Europäern, Inflation ist heilig. Das darf überhaupt nicht gefährdet werden, dass es hier nochmal ein Auflackern des Teuerungsdrucks gibt, denke ich mir. Also das sind noch mindestens drei Monate, bis denn diese Zinssenkung endlich kommt in den USA. Das ist ja, also ist ein Quartal nach Adam Riese. Das ist nicht gleich morgen. Also von dem her leichte Zurückhaltung für den Aktienmarkt jetzt bis dann? Oder was meinst du? Wir haben ja immer wieder Vertreter der Notenbanken, die Reden halten. Auch in dieser Woche ist das FED. Also die FED-Vertreter stark unterwegs mit Reden. Es gibt zwischendurch natürlich Notenbank-Sitzungen. Da kann man aus der Kommunikation lesen. Wir wissen das. Es gibt ja ganze Kohorten von Analysten, die nur zwischen den Zeilen lesen, was die Notenbankenvertreter so in die Welt rauslassen. Das ist ja fast ein eigener Job an und für sich. Also ich denke, es wird bis dahin schon noch Indikationen geben. Und natürlich, die Notenbanken betonen ja immer ihre Datenabhängigkeit. Wir werden bis dahin noch weitere Inflationsdaten bekommen. Und wir werden auch noch weitere Daten zum US-Arbeitsmarkt bekommen. Jetzt weiß ich aber, dass du dir noch einen Aktienfavoriten überlegt hast und da... Ich möchte aber noch über die SMB sprechen. Die SMB haben wir völlig vergessen. Das ist ja ein Frevel, die SMB. Sag mal ja. Ja, die ist natürlich in einer super komfortablen Lage eigentlich. Denn hierzulande liegt die Teuerung bereits unterm Ziel. Ja. Es könnte sein, dass mit dem Januarwert nochmal einen Anstieg gibt. Weil wir hatten eine Mehrwertsteuererhöhung zur Reform der AHV. Wir haben ÖV-Preise, die anziehen und so weiter. Energie, Gas. Aber alles in allem ist die SMB wirklich sehr komfortabel unterwegs. Ich würde auch sagen, prinzipiell könnten die es sich leisten, sogar proaktiver vorzugehen. Das heißt, sogar vor der EZB auch mal etwas zu machen. Das wäre ja auch nicht das erste Mal. Zumal in einem Zinssenkungszyklus das der Frankenstärke ja so ein bisschen den Boden nehme. Also wäre das auch von dieser Seite her, wenn schon immer wieder die Frankenstärke diskutiert wird und dass das einen negativen Einfluss hat auf die Unternehmenswelt, könnten sie es wagen. Ich denke aber dennoch nicht, dass sie das vor den zwei Großen machen. Ich denke, den ersten Zinsschritt von der SMB werden wir auch im Juni sehen. Dann haben wir auch nochmal eine Inflationszahl mit den Mietpreisen drin, damit sie sehen, welchen Schaden die vergangenen Zinserhöhungen angerichtet haben bei den Mietpreisen. Und dann im Juni können sie dann getrost nachziehen und ebenfalls die Zinsen senken. Man muss ja auch sagen, sie haben eigentlich zwei Instrumente. Sie können den Wechselkurs steuern durch Devisenkäufe oder Verkäufe. Sie können Zinssenkungen machen. Ich denke, das Instrument der ersten Wahl ist in diesem Jahr wahrscheinlich schon die Zinssenkung. Denn die Devisenanlagen, die sie auf der Bilanz haben, haben ihnen große Verluste nochmal eingebracht. Ein zweites Jahr in Folge hat die SMB Verluste gemacht. 2023 geschätzt etwa 3 Milliarden nach 132 Milliarden im Vorjahr. Das hat politische Konsequenzen, weil sie können auch keine Dividende ausschütten und auch den Kantonen und den Gemeinden hier nicht finanziell unter die Arme greifen. Also insofern denke ich schon, dass die Zinssenkung oben auf der Agenda steht bei der SMB. Abgesehen von dem Verlust, den du gerade erwähnt hast, der übrigens kleiner ist als was Meta in einem Tag mal so locker dazugewonnen hat, relativiert das wieder so ein bisschen, ist die Lage also ziemlich komfortabel für die SMB. Man hat da, man hat keinen Druck, man kann das Timing wirklich völlig frei wählen, ohne, ich sage jetzt mal, einen Schaden anzurichten. Zumindest sieht es so aus. Oder ist das ein bisschen zu vereinfacht gesagt? Ja, wenn ich mir die Prognosen der Ökonomen so anschaue, dann tippt da keiner auf eine Rezession in der Schweiz in diesem Jahr. Die Eurozone, die quält sich so an der Nullgrenze entlang. Die Schweiz wird vermutlich eine Rezession vermeiden und eben die Inflation ist im Schnitt in diesem Jahr wahrscheinlich bei 1,5 Prozent, so um den Dreh. Das ist doch relativ komfortabel. Aber es gibt natürlich schon die Industrie, die Exporteure, die finden das nicht wahnsinnig lustig mit dieser Frankenstärke, auch wenn sie das sehr gut handeln und sich auch absichern am Devisenmarkt. Aber der Druck ist dann natürlich schon ein bisschen da zu schauen, dass der Franken nicht nochmal so eine Aufwertungsrallye durchmacht. Jetzt bin ich sicher, unsere Zuseherinnen und Zuseher können es schon kaum erwarten. Wir haben sie jetzt auf die Folter gespannt. Dein Aktientipp, der passt zu deinem Szenario. Welchen Tipp hast du dir denn ausgedacht? Naja, also meine Konjunkturperspektive ist vielleicht nicht ganz so rosig wie die des Marktes. Also ich bin lieber im Moment noch defensiv aufgestellt. Und wenn man an defensiv denkt und so die Sektoren durchgeht und auch gerne vielleicht im eigenen Land bleibt, dann ist mir so die Lonza Group aufgefallen, beziehungsweise unser Kollege der Rupen analysiert das Unternehmen ja sehr genau und auch schon jahrelang. Das kann man übrigens auch unter F&W die Analyse immer nachlesen. Wo sind die Stärken und Schwächen des jeweiligen Unternehmens? Und bei der Lonza Group als Langfristinvestor gefällt mir eben, dass sie Themen bedienen, die durchaus strukturellen Charakter haben. Das ist die Demografie, das ist der Alterungsprozess, das ist Gentherapie. Lonza ist ja ein Pharma-Zulieferer mit sehr guter Stellung im Weltmarkt, mit Preismacht. Das Unternehmen hat auch bekannt gegeben, dass sie sehr viel in neue Technologien investieren wollen. Das werden sie auch machen. Die Gewinnmarge sollte wachsen. Der Kurs der Aktie ist im vergangenen Jahr doch sehr unter Druck geraten, weil sie die Zusammenarbeit mit Moderna auch in diesem Jahr einstellen werden. Natürlich hatten sie eine Corona-Hilfe sehr stark. Dann ist die Aktie deutlich eingebrochen. Also der Kurs der Lonza-Aktie ist jetzt noch etwa 20 Prozent unter dem des Vorjahres. Aber seit Jahresbeginn hat die Aktie wieder 26 Prozent zugelegt. Also da ist schon ein bisschen Dynamik drin. Und ich denke, die Aktie ist nach wie vor ein Kauf. Ein Kauf, aber kein Schnäppchen. Also das KGV liegt bei 36. Das ist jetzt nicht eben Schnäppchen-Charakter. Aber ich denke, so die langfristige Perspektive für das Unternehmen sieht sehr gut aus. Vielen Dank Silvia. Also wir haben zwei Aktientipps. Lonza und Visa. Ich bin gespannt, welcher besser läuft. Wir werden es sehen. Das ist ja kein Wettbewerb hier. Aber trotzdem, wir sind schon immer so ein bisschen competitive. Das kann man schon sagen. Und schlussendlich hoffen wir natürlich, dass beide Aktien gut laufen. Was wir gelernt haben ist, die Zinsen werden wahrscheinlich im Mai gesenkt. In den USA zuerst. Dann die EZB und die SMB kann so ein bisschen zuschauen. Aber wird wahrscheinlich dann auch irgendwann kommen. Die Aktienmärkte eher so seitwärts mit leichter Aufwärtstendenz würde ich jetzt mal sagen. Und das macht das Investieren nicht ganz einfach. Aber wir haben Ihnen ein paar Tipps gegeben. Apropos Tipps. Wir brauchen eure Tipps. Gebt uns die Tipps. Könnt ihr in den Kommentaren reinschreiben. Was sollen wir das nächste Mal besprechen. Welche Aktien sind spannend. Und welche Themen. Wir würden uns freuen über Feedback. Und sagen jetzt schon mal Tschüss und bis bald.